wir wollen eine kleine änderung bei dem s3 machen kein gt30 mehr wir gehen auf gt35 warum das ganze wir wollen ja 700 ps machen und 7 ps mit dem gt30 ist machbar ich kenne leute die damit fahren mit 700 ps aber das problem wird sein wir sind an den grenzen ich kenne auch leute da geht der turbo danach ein jahr halben jahr kaputt das wollte ich nicht darum habe ich gesagt okay wir gehen auf gt35 an und vier das der originale das war der gt30 und dann kommen wir zu den gt35 und die dompike pro sich dran gemacht dem ist man natürlich nur umschweißen so dass das ungefähr ungefähr sehen könnt wie das so aussehen wird ja das war's soviel zur audi a3 und und Outro